hallo liebe hungrige straßburg lag im sonnenschein so sagen einst die frisch verliebten remager der oder die eine oder andere von euch wird sich vielleicht noch einen spatz von avignon erinnern warum allerdings dieser auflauf das attribut straßburg erhalten hat ich weiß es leider nicht doch ich weiß dass diese spezielle variante eines nudel hackauflaufs wirklich lecker ist wir brauchen dafür sahne trockenen rotwein eine große zwiebel angewürzten cayenne pfeffer bzw chili pulver thymian und salz wir brauchen öl und hackfleisch ich verwende gemischtes muss aber nicht sein tomatenmark geriebenen käse und bandenudeln alternativ aber auch eine andere pastasorte zuerst bringen wir ausreichend salzwasser zum kochen geben die pasta hinein und kochen diese dann so wie auf der packung ausgewiesen al dente und gießen sie anschließend ab die zwiebel schälen wir und hacken sie anschließend fein dann geben wir öl in eine große pfanne erhitzen es dann kommt die geschnittene zwiebel mit hinein diese jetzt bei mittlerer temperatur so für circa zwei minuten anbraten bzw glasig andünsten dann geben wir auch das hackfleisch mit dazu und dieses nun krümelig braun anbraten das heißt also regelmäßig alles durchrühren größere stücke zerkleinern sind wir dann soweit löschen wir mit dem rotwein ab geben als nächstes nun auch das tomatenmark mit in die pfanne und verrühren alles gründlich miteinander haben wir das erledigt geben wir reichlich vom thymian mit dazu und würzen dann weiter mit dem cayenne pfeffer und mit salz da noch mal alles gründlich vermengen und nun ergänzen wir mit den abgegossenen banden nudeln alternativ eben einer anderen pasta und verrühren nun alles nochmals gründlich und nehmen die pfanne dann vom herd nur brauchen wir eine geeignete auflaufform diese leicht einfetten und dann befüllen wir sie mit dem pfanneninhalt also der hackfleisch pasta mischung gleichmäßig in der auflaufform verteilen und dann mit geriebenem käse bestreuen je nach geschmack eben ein bisschen mehr oder weniger bleibt noch als letzte aufgabe wir gießen einigermaßen gleichmäßig die sahne darüber und dann kommt der auflauf auch schon in den ofen und zwar für 25 bis 30 minuten bei mir reichten 25 bei 220 grad umluft 200 und so sieht unser leckerer auflauf dann aus und der sieht eben nicht nur lecker aus sondern es schmeckt vor allem so die zubereitung gesehen konntet ganz unkompliziert das ergebnis aber köstlich und zwar ganz unabhängig davon ob in straßburg die sonne scheint oder auch nicht ich wünsche euch viel spaß beim kochen und dann recht guten appetit falls ihr allerdings lieber pasta mit spargel essen möchtet oder vielleicht doch eher ein büros auflauf dann habt ihr hier die gelegenheit über euer abo freue ich mich natürlich sehr bis zum nächsten mal tschüss bai bai